Oh mein Gott, Freunde, wir machen heute ein 60.000 Gems Big Box vs. Megabox Opening Battle. Ich öffne jetzt 1.000 Mal Big Box und Kevin öffnet 375 Mal Megabox. Habe ich dir eigentlich erzählt? Was? Hä? Hä? Sonst bin ich doch viel weiter vorne als du. Hä? Ne, gut. Ich trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, wir sind hier einfach mal am Start mit dem Ei. Moin Moin. Hallo. Genau, Leute, das Ei war ja jetzt im Urlaub und ich bin jetzt im Urlaub. Wenn ihr das Video seht, ist heute der erste Tag, wo ich im Urlaub bin. Und wir dachten uns, wir wollen auf jeden Fall nochmal ein mega heftiges Opening Battle machen. Ihr seht schon, ich habe heute den Big Box Account mit 30.000 Gems und Kevin hat den Megabox Account mit 30.000 Gems. Das bedeutet, ich werde 1.000 Big Boxen öffnen einfach mal. Und Kevin wird, ja, 333 Megaboxen öffnen. Und wir schauen, wer wird mehr Brawler ziehen. Gewinnt die Big Box oder die Megabox. Das kannst du dir auch nochmal zeigen, der Account ist kostenlos. Was? 1.000 Big Boxen musst du aufmachen? Ja. Ach, du Kacke. Ja, ja, ja. Das wäre gar nicht bewusst gewesen gerade. 30 Gems mal 1.000, ja. Das ist auf jeden Fall crazy. Oh, je. Genau, Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wer glaubt, ihr wird gewinnen. Lasst unbedingt ein Like da und ein kostenloses Abo. Würde mich sehr, sehr freuen. Und checkt natürlich auch Kevin ab. Achso, genau. Die Punkte-Liste sind hier nochmal eingeblendet. 1 Punkt für den seltenen bis hin 10 Punkte für den legendären. Solltet ihr alle kennen auf jeden Fall. Und ja, natürlich auch gerne Creator Code und Lukas Leute eingeben auf Ehre im Shop. Wenn ihr supporten wollt, würde mich mega freuen. Das macht solche krassen Videos immer möglich. Und ich würde sagen, ja, wir starten trotzdem mal rein mit dem Brawl Pass. Würde mich mal interessieren, wer so mehr Boxen öffnen kann quasi. Und genau, ich würde sagen, plus 10 Stufen und... Achso. Go! Okay, Leute, wir sind bei Stufe 70 angekommen. Und ich würde sagen, Kevin, wir starten ab jetzt schon rein. Du nur mega Boxen und ich nur Big Boxen. Okay, Freunde, würde ich sagen, let's go. Wir starten rein mit dem Battle. Ich sag dir ehrlich, Kevin, ich hab keinen Bock, eigentlich Big Boxen zu öffnen, ne? Ja, glaube ich, ich hab schon mal einen Brawler. Ja, ich auch schon mal, sehr geil. Leute, die Frage ist jetzt erstmal, wer bekommt mehr Sachen aus dem Brawl Pass? Also, ich hab ja mehr Boxen auf jeden Fall zur Auswahl als du, muss man ja schon mal sagen. Ja, stimmt. Genau. Oh, nein, ich hab auch so eine Brawl Boxen geöffnet, Leute, die zählt jetzt immer ich. LOL! Ich hab rosa gezogen. Weißt du, wo wir dieses Opening Battle gemacht haben? Brawl Boxen vs. Big Boxen vs. Mega Boxen mit Tobi? Ja, das weiß ich doch. Jürgen, das war krass, das war krass. Tobi hatte die Brawl Boxen, oder? Nee, ich hatte die Brawl Boxen. Achso. Ich muss dafür auch so 10 Accounts gehen, um so ein paar Brawl Boxen zu machen. Oh mein Gott. Ich hab Karl. Ich hab alle vorgegebenen. Okay, nice. Ich glaube, ich noch nicht. Sogar, ich glaub, ich brauch noch ein paar Boxen, Leute. Naja, jedenfalls, ich bin mal mega gespannt, Leute. Ah ja, jetzt hab ich auf jeden Fall die vorgegebenen mit Penny. Let's go, let's go. Genau, Leute, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wer mehr Luck haben wird. Also rein... Achso, soll ich weiter Boxen einfach aufmachen? Ja, ja, ja. Achso, oh. Also Leute, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, weil das Ding ist, ähm, Big Boxen sind ja eigentlich teurer, so gesehen, als Mega Boxen, ein bisschen, ne, weil drei Big Boxen entsprechen einer Mega Box, aber es kann ja auch sein, dass es am Ende doch so ist, dass die Big Boxen jetzt mehr gönnen. Also, ich bin mal gespannt. Ich hab was übrigens. Oh, ja. Soll ich einfach aufmachen? Ja, gönnt ihr einfach. Poco. Oh, nice, gönnt ihr. Hab ich dir eigentlich erzählt? Was? Hä? Was? Was? Hä? Dinger aus der Big Box. Hä? Loll. Das war der erste, das war der erste nach dem vorgegebenen. Was? Dinger, ich wollte dir gerade erzählen, Celine hat das auch mit Mega Boxen geschafft. Loll? Ja, ja. Als wir so ein Video aufgenommen haben, hat sie es auch genau so gemacht. Oha, heftig. Krass. Hä? Aber du hast mit Big Boxen geschafft, das ist noch krasser. Ja, ja. Das ist übel heftig, Leute. Die Big Boxen liegen hier schon mal direkt vorne. Alter, guckst du dir an. Hä? Dinger, WTF, Leute. Einfach bei so drei verbleibenden Meg. Sehr krank. Leute, lasst uns auf jeden Fall einen Like. Direkt Meg, Junge, WTF, Mann. Bin ich jetzt der Big Boxenkönig, oder was? Nein. Das geht nicht. Stimmt, eigentlich hätte ich die Big Boxen aufmachen müssen. Stimmt. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das doch wisst, dass Kevin der Big Boxenkönig war von damals. Ja, ich hab den Boxer gezogen. Okay, gönn dir. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal so ein Opening-Battle-Big Box gegen Megaboxen. Loll. Wann wir es das letzte Mal gemacht haben? Ist schon lange her, glaube ich. Ja, ich hab sogar geguckt, bevor ich das ja quasi als Idee mir rausgesucht hab. Und ich glaube, das letzte Mal hab ich das vor zwei Jahren gemacht. Was? Ja, ja. Krass. Also, ich bin übrigens fällig. Ich auch. Also, wir vergleichen schon mal, Leute, nach dem Brawl Pass. Ich hab sieben Brawler gezogen. Oh, sechs. Ich hab sechs. Ich hab nur einen seltenen noch gezogen. Ne, zwei. Also, man kann festhalten, der Brawl Pass war besser durch die Big Boxen. Lüge WTF, Mann. Aber es geht, dass ich jetzt weiter, Leute. Kevin muss jetzt natürlich viel weniger Boxen öffnen als ich. Deswegen gebe ich mir Mühe, dass ich schnell die Boxen öffne. Wir hauen einfach durch die Boxen. Ich hab die Super-Seller-D. Let's go. Leute, übrigens, ich kann jetzt schon mal ankündigen. Also, lasst dafür wirklich nochmal ein Abo da und ein Like. Auf jeden Fall. Denn, ja, es werden in nächster Zeit jetzt mehr Opening-Battles kommen. Also, haben sich ja sehr viele gewöhnt. Voll, Penny. Oh, lol. Gönn dir, gönn dir. Und, ja, dementsprechend werden auf jeden Fall mehr Opening-Battles kommen. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und, Leute, ich sag euch ehrlich, ja, ein bisschen krank bin ich noch. Also, meine Stimme ist noch ein bisschen angegriffen. Ich hoffe, nach diesem Video ist die jetzt noch überhaupt da. Sonst, keine Ahnung. Oh, je. Oh, Karl hast du. Die Klo-Schüssel, genau. Let's go. Ich mach mal so weit, bis ich irgendwie eine blinkende Eins hab. Und dann warte ich erstmal. Ja, genau. Passt. Oh. Oh, Jackie, okay. Ich glaub, du hast auch was, oder? Ja, aber ich warte. Okay. Okay, ich muss so schnell öffnen im Vergleich. Das ist ja nicht mehr normal. Ja, mach mal erstmal. Ja, okay, Leute. Digga, man muss auch so mit diesem Finger immer so nach unten klicken. Das ist so unangenehm. Weil diese 80 so unten ist. Oh, lol. Okay, gönn dir. Lol, der Alien-Mann. Der Alien-Mann, genau. Oha, let's go. Hä, drückst du? Achso, ich dachte, ich soll warten. Nein, 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 drück. Hä, sonst will ich doch viel weiter vorne als du. Hä, nee, gönn dir. Ah, ahhhh. Ah. Was? Digga! Du hast einfach so gewartet gerade die ganze Zeit. Kevin, alles okay? Hä? Ja. Alles okay mit dir? Ja, ich nehm gerade ein Video auf. Ja, kannst du rausgehen? Ja, sonst werden wir jetzt auch weg. Oh man, oh man, ey. Jürgen, das ist ungewohnt. Also. Auflegen, das Aufleben. Ja, ja. Also ich hab auf jeden Fall Sandy gezogen, Freunde. Meine Mom hat's auch gehört. Sehr krass. Wie viele Jams hast du jetzt noch? Ah, okay. Äh, lol. Ich hab eh schon recht viel ausgegeben. 3400 hab ich schon ausgegeben. Oh, ich hab dich, Kevin. Moin, moin. Nice. Okay, ich mach diesen Trick nochmal. Ich mach 6 und dann warte ich erstmal. Okay, mach das. Und zieh vielleicht noch einen legendären. Leute, also ich geb gerade mein Bestes, aber es ist selbst für mich ungewohnt, Bigboxen zu öffnen. Also Leute, ich verrate ja noch nicht, wo ich hinfliege. Das müsst ihr da noch rausfinden. Aber ich... Spoiler schon mal, ne? Das ist bei uns tatsächlich auch so 35, 36 Grad jeden Tag. Ja, und du fliegst weit. Und weit, oder? Ja, ja, das hab ich auch schon. Okay. Okay, okay. Äh, sollen wir Zeit gleich aufmachen? Joa, würd ich sagen, Leute. 3, 2, 1, go! Daryl. Ah, okay. Der erste Lohr. Diesmal hat Daryl nur gewartet. Ich hab schon mal alle super seltenen, immerhin. Oh, ich hab wieder 6. Ich warte wieder. Ja, wobei, das kannst du eh mal aufmachen. Jackie. Ah, lol. Okay. Kannst du so bei jeder zweiten im Linken, bei jeder zweiten linken Zahl warten oder so. Okay. Genau, Leute. Wie gesagt, ne, ist natürlich nicht optimal, wenn man Bigboxen und Megaboxen gleichzeitig öffnet, äh, weil ich muss natürlich viel mehr Boxen öffnen. Aber, grundsätzlich, äh, das Prinzip ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ganz interessant. Was sollte man sich eher kaufen? Aber ich würde eigentlich immer Megaboxen sagen. Okay, du hast wieder eine blingende 1. Mhm. Okay. Und was ich noch sagen kann zu Ägypten, da, äh, ist das Essen auf jeden Fall. Die können da nicht würzen. Na was, die können nicht würzen? Nee. Also, ich hatte so einen Burger bestellt und der hat so nach Fuß geschmeckt, so am ersten Tag. Und Céline hatte so Nudeln bestellt, so mit so, so einer, also diese ganzen Gerichte klangen immer so übelgeil. Ja. Und dann war es so Nudeln, die so nach nichts geschmeckt haben und diese Garnelen, die so dabei waren, haben auch so nach nichts geschmeckt. Okay, aber war das in so einem Restaurant oder bei euch im Hotel? Nee, 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 unser Hotel hat so drei Restaurants à la carte, wo man halt immer bestellen konnte. Äh, ja, und zwar ein bisschen Käse. Aber es gab oft abends so Arabisch Essen. Das war geil. Da gab's so Hummus und so. Und so geiles Brot. Lol, Colette. Colette, Colette, Leute. Der nächste Brother aus der Big Box. Und da gab's so Koftas, also so Koftaspieß. Das ist halt so wie Köfte. Ja. Also da hab ich dann immer an Hatar gedacht, tatsächlich. Ja, genau. Das war ganz geil. Ja, okay. Das hört sich gut an, Leute. Okay, kannst du mal so... Soll ich wieder aufmachen? Ja. Lol, ich hab Riko. Okay, alles klar. Okay, Leute. Also wie gesagt, äh... Oh! Ash! Lol! Der Müllmann. Der dritte Komatsu. Ich glaube, ich bin bisher echt nach vorne sogar, gell? Mh, weiß nicht. Ich glaub ja. Ich würde sagen ja, Leute. Also ihr seht's ja eh an den Punkten. Genau. Also wie gesagt, zu meinem Urlaub will ich noch nicht spoilern, wo es hin geht. Aber ich hab gesagt, das ist krass. Es ist auf jeden Fall auch relativ warm. Und es ist weit weg. Mh. So. Okay. Okay, das ist wieder eine blickende Eins, Digga. Also irgendwie, Leute. Wenn ihr Zeit sparen wollt, öffnet bitte Megaboxen. Ich warte erst mal wieder kurz. Genau. Und wenn ihr euch krampfende Finger sparen wollt, dann auch. Ja. Boah, Digga. Also nach dem Video werde ich erstmal eine Weile wieder keine Bigboxen mehr öffnen, ja? Zwei Jahre. Junge, oh mein Gott, man. Oh. Oh, Pieper. Oh, Pieper. Und? Bell. Bell. Okay, Leute. Okay, ich bin sogar ein bisschen vorne jetzt mit den Gems, also du kannst schon ein paar Boxen öffnen jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Also das... Oh, du hast glaub ich was. Soll ich öffnen? Ja. Du bist eh noch... No. Raphs. Sir Muffles. Sir Muffles, genau. Genau, du bist eh noch hinten mit den Gems, gerade. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich sind wir gleich dann gleich, aber ja, kannst du eh schon mal öffnen. Digga. Oh, und oh, Mortis. Okay, ja. Der erste mythische, Leute, ne? Gebt auf jeden Fall auch nochmal fünf Punkte. Ich mag Mortis zwar nicht, aber ich nehm die Punkte gerne mit. Einfach mal Murt. Oh, ich hab die erste Powerpunkte-Box jetzt gehabt, erst. Oh, ich hab noch gar keine. Aber ich will auch keine. Lol, ich hab Colette. Oh, lol. Der hatte ich auch gerade. Starpuck lässt grüßen. Und let's go! WTF! Der nächste. Lol, hä? Digga, du ziehst voll fiestig. Gar nix. Ja, Leute. WTF, Mann. Ja, Real Talk, diese Big Boxen können gerade anders, ne? Ja, ja. Die freuen sich so, dass du die mal wieder jemand aufmacht. Ja, ja, ja. Die waren so... Die so, ach komm, wir geben jetzt Lukas ganz viel Sachen hier raus. Die waren schon so verstaubt im Keller. Und jetzt freuen die sich so. Ja, ja. Hä, Digga, ich zieh gar nix, Mann. No joke. Boah, ich hab jetzt so oft diese Powerpunkte-Boxen, das glaubst du mir gar nicht. Bei den Big Boxen sind die noch häufiger als bei den Mega-Boxen. Boah, Junge. Alter, das ist wirklich das letzte Mal, dass ich so viele Big Boxen öffne. Ich mach auf, ja? Ja. Hä? LoL! 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 Digga! Einfach mal, ja, legendärer Bloiler. Legendär! Heftig, Digga. Okay, damit hast du jetzt quasi den zweiten Legendären, ne? Sehr heftig. Ja. Sehr, sehr heftig. Ja, da hat sich das Warten gelohnt. LoL! Okay, Fang. Ist natürlich episch, Leute, quasi, aber krass, also GG, Kevin, Otis ist schon mal sehr nice. Und das ohne den Otis-Tanz. Das stimmt. Oh, ich hab sechs. Ah, ich kann die aufmachen. Ja, ja. LoL! Hast du Tara in Ägypten gesehen, in der Pyramide? Hm, nee. War sie eigentlich da so? Die hab ich nicht gesehen. Nee, nee. Ja, da wär man so gestorben. Wieso? Ja, es sind so 50 Grad in der Wüste halt. 50? Und das ist ja... Ja! Kein Spaß. Dieser Guide von unserem Reiseanbieter, der sagt so, ja. Ja, also ich würde ihnen empfehlen, wenn sie so eine Tour machen wollen, nur abends. Aber abends geht halt aktuell nicht wirklich gut. LoL! Also ja, das ist halt sehr warm dort. Wenn sie Temperatur abkönnen, dann machen sie das. Wenn nicht, dann nicht. Das ist halt wie so eine Sauna einfach. Ja, ja. Ja, ich mein, man hätt's da mal machen können, um sich so das Ei zum Spiegelei machen können, ne? Oder das Ei zum gekochten Ei. Ja, und das Problem ist, wir sind halt... Oh. Ich hab was? Soll ich auch machen? Ja, gönn ihr? Frank! Frank mit dem Ammer! Oh! 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 Griff! Der wirft Geld auf deinen Kopf. Griff, Griff, Griffles! Okay, Leute, also wie gesagt, ich bin hier noch echt am Struggle, ich hab jetzt die 20.000 Gem-Marke mal erreicht sogar. Bibi, der hat einen Schläger und haut den auf deinen Kopf. Dung! Digga, ich muss hier wirklich eine Stunde lang am Stück Bigboxen öffnen, ne? Ist ja geil, das sind einfach 1.000 Stück. Ich weiß gar nicht, was ich grad machen soll. Boxen aufmachen! Jürgen, meine Finger tun schon weh, Mann. Jürgen, einfach 1.000 Bigboxen. Das ist crazy, Alter, wirklich. Ich glaub, ich glaub, das ist der weltweite Rekord für die meisten Bigboxen in einem Video auch, oder? Ja. Max to the max! Ah, jetzt kommen langsam bei mir die Brawler. Ah, lol, sehr geil. Ah, ab, Magenvoller Blatt gekauft, auszusehen einmal. Roll-lo-la, lol. Okay, Leute. Okay, okay, okay. Ich sag euch ehrlich, Leute, also gerade ist es auf jeden Fall nicht so angenehm. Bibi! Leute, schreibt mal, wie heiß ist es bei euch diese Woche? Bei uns 38 Grad, kein Spaß jetzt. Also ich hab gestern so Google Maps aufgehabt bei mir, weil ich so mein Fahrtenbuch machen muss für mein Auto. Und dann stand da so, Hitze-Warnung, Rheinland-Pfalz. Ja, grüß sie. Meine Freundin hat so ein Dachgeschoss-Wohnung. Was? Ja. Oh mein Gott. Deswegen kommt ihr auch zu mir. Dega, da gehst du so drauf, wenn du da wohnst. Ah! Nummer 3. Oh mein Gott. Ey, jetzt siehst du, wer übelst davon, Mann. Jetzt warte ich erst mal echt ein bisschen. Wie viele Gems hast du? Äh, ich habe jetzt noch 17.600. Okay, ja, da musst du wirklich jetzt ein bisschen warten. Oh! Bibi! Noll! Bibi! Let's go, der erste Browser nach 15 Minuten. Ja. Ey, ich wusste gar nicht, dass Chris B. Robb eine Freundin hat. Ich auch nicht. Und wir haben auf jeden Fall Surge. Noll, Surge. Genau. Kannst auch gerne weitermachen, glaube ich. Ja, okay. Ähm. Uh, die Moody, Leute. Let's go, let's go. Sechs. Lol, der Alien, Mann. Der Alien, Mann. Hast du dir schon mal aufgefallen? Eve dreht sich so in dem Alien und dann ist so Eve klein. Stimmt, ist irgendwie weird, ne? Oh! So, Biron, let's go. Sechs. Verbläbende. Okay, okay. Und, ja, komm, können wir auch nochmal, ich habe ja jetzt was. Mr. Peter! Du hast drei Mythischer, hab drei Mythischer. Okay, krass. Ja. Bin mal gespannt, Leute. Also, ich glaube, Kevin liegt jetzt auf jeden Fall vorne, würde ich mal tippen. Aber, gut, so genau weiß er natürlich auch nicht. Du hast halt nochmal irgendwie zwei legendäre, ja mehr sogar, ne? Mhm. Ja, gut, dann kriegst du uns die Save vorne. Oh, Griff, okay. Ich meine, der vierte, epische schon, Leute. Aber die Big Boxen, die müssen auf jeden Fall noch gönnen. So, jetzt warte ich erstmal wieder kurz. Ja. Was? Oh, Frank, let's go, Leute. Standardschrott heißt der. Oh, let's go, Leute. Tara, Tara, Tara. Oh, und Max, Digga. Nächste Box, lol. Noll. Sehr heftig. Okay, komm, kannst du, glaube ich, wieder öffnen. Oh. Gale. Oh, der Rentner. Also, ich habe 12.800 Gems. Und wie hast du? Lol. Ich habe 14.000. Boah, Junge, gönn doch. Gönn doch. Oh, na nie. Okay, immerhin, immerhin. Mal wieder ein neuer Brawler, Leute. Ah! 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 Digga, ich habe mich so erschrocken, Alter. Jürgen, ich habe mit 20.000 Gems, nicht mal mit 20.000 Gems, vier legendäre Brawler gezogen. Jürgen, hä? Digga, das ist übelst lucky. Bei dir waren die halt so verteilt, ne? So gut verteilt, war ich jetzt mal. Ja, ja. Ich habe immer noch nur Meg. Digga, schau mal. Ich habe nicht mal 20.000 Gems ausgegeben. Ja. Mit vier legendären Brawler. Oh, Bonny. Digga, das ist echt geisteskrank. Also, Leute, ihr seht es schon, die Mega-Boxen ziehen jetzt irgendwie davon. Ich habe nochmal Lu. Oh, lol, sieben. Was, Fang? Lol. Und? Lol, Janett. Alter, was? Lol. Einfach so jetzt so eine sieben verbleibende Box. Crazy, Digga. Wenn du unter 10.000 hast, dann hast du zwei Drittel fällig, Lukas. Das stimmt. Oh, sechs. So, mach jetzt nochmal, Leute. Search. So, gönn dir. Sprout. So, gönn, gönn, gönn. Oh, ich habe eine blinkende Eins. Ich mache einfach mal auf. Mortis. Mortis. Bring God of Doom. Merch. Oh, Mr. Peter. Lol, Peter, ich mache auch. Lol, Bernie. Oh, lol. Das ist einfach nur anstrengend mittlerweile. Wirklich. Lol, Butzbach. Erwachsenenvollzug. Sehr, sehr heftig. Also, Leute, ich kann euch nur so viel empfehlen. Der Rentner ist am Start. Ja, das kann ich nur so viel empfehlen. Bitte öffnet Mega Boxen einfach. Lol, Edgar. Lol. Good luck. Oh. B-Rawn. Nice. Sehr, sehr wild. Digga, gefühlt habe ich gleich alle Brawler einfach. Digga, das ist schon übelst. Mit 30.000 Jams, ne? Sag mal, irgendwie wird es dann gehen, denke ich. Ja, ich habe sechs. Grom. Grom, okay. Oh, Bell, okay. Bele. Lol, ich habe aber auch schon neun Chromatische immerhin. Oh, Ash. Ja, okay. Gönnung, gönnung. Ich habe eine Eins. Oh. Blue. Ich habe den Hund vom Porky gezogen. Ich habe alle Chromatischen jetzt. Problem ist, er braucht Brawl Stars. Ja, let's go. Oha. Alter, Mann. Nice, Mann. Glückwunsch. Digga, das hat echt... Ja. Und die Biene nochmal. Let's go. Wie halb bist du? Ah, lol, ich kann weitermachen. Jo. Genie. Lol, Digga. Also, Leute, ich glaube, ehrlich, ich liegt gerade mega weit hinten. Ich habe wieder sechs. Nani. Nani. Okay. Diese anderen Megabox. Oh. Lol, Squeak. Skeg. Let's go. Der siebte von acht mythischen immerhin schon. Nice. Auch Skeg. Oh, lol. Auch Skeg. Ich habe alle mythischen jetzt. Digga. So, ich habe, no joke, alle Brawler außer die legendären jetzt. Es könnte sein, dass es noch ein mythischer Off ist, aber ich da aber auch nicht. Oh, ja, ich habe was. Okay. Zählst du runter? Drei, zwei, eins. Go. Ne, ich habe noch Piper. Was? Edgar. Der, das war mein letzter epischer Mann. Was ist das denn für ein Scam, Junge? Mensch, hast du hier schon die Leute gehyped, Kevin? Ich glaube, jetzt habe ich aber keinen Brawler mehr, den ich nicht ziehen kann, außer den Legendär. Oh, Lola. Okay, ich habe jetzt auch noch mal elf chromatische. Oh, jetzt nochmal. Jetzt nochmal. Okay, ich warte nochmal bei dir. Ja. Okay. Ja. Let's, Digga. Let's go. Ey, Mann, Digga. Vier Stück und Otis. Hä? Digga, das ist saulucky. Weißt du das? Ja, ja, klar. Ja, ja. Das ist schon Quälerei. Ich wollte gerade sagen. Okay, Leute. Oh, die letzte. Letzte Big Box. Okay, bei mir ist jetzt auch die letzte Mega Box. Drei, zwei, eins, go. Nee. Alter, Junge, Leute, ich bin echt mega durch jetzt. Ich habe insgesamt 39 Brawler am Start. Du hast den Wegfragen. Ich habe 45. Ja, Junge, hä? Digga. Ich habe einfach 45 Brawler. Ich habe... LOL. Alle außer zwei. Digga, das ist echt krass. Bin ich ehrlich. Das ist heftig. 30.000 Gems. Also, Leute, die Mega Box hat gewonnen. Sehr, sehr krasses Video. Lasst unbedingt ein Like da. Kostenlos Abo. Checkt Kevin ab in der Beschreibung. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.